Der kann über Räume hinwegsehen oder was? Herzlich Willkommen euch Freunde Wie geil wahrscheinlich Zurück zu Emangas Wir sind heute sehr sehr schnell unterwegs Hallo hallo Oh Gott ich seh ja gar nichts Ich weiß nicht wie oft wir das so spielen werden Ich hoffe das letzte mal Weil Sonst wirds mir gleich echt noch kotzübel ey Ganz ehrlich Wow die Tassel gehen aber nicht viel schneller Boah Eieieiei Ich kotze jetzt schon fast Ach man ich wollt doch nen Sprint einlegen Na ja gut Auf jem Fall beim Eeeeeee Emergency Nimm den Tisch War eher links Eer der Speed als Geist Ich bin Ich komm gar nicht zur Task Ok Also Ja gut ne Ich hab halt nichts gesehen Ich stand auf der anderen Seite des Tisch Ich bin ja dafür Denjenigen raus zu voten Der die Idee hat jetzt Mit diesen Speed Weg mit Guck, Leon unterstützt das. Der Geist weiß, wer ihn getötet hat. Alles klar. Simon, guck, hast dich verraten lassen. Gott in der Fummi. Ach, Mann. Schade. Gott in der Fummi. Oh, Mann. Okay, okay, Leute. Noch ein Imposter. Ach, Licht ist aus. Nee. Licht ist aus. Ich gehe nach Haus. Radimi, Radidimba, Bum, 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 Bum. Hä? Ach, das Licht ist geil. Ich dachte die ganze Zeit, das Licht wäre aus. Ach, Mann. Leute. Och, das ist aber blöd, oder? Ich bin eingesperrt außerdem. Opfer. Ich bin überall eingesperrt, das nervt mich. Ich kann die Karte nicht machen. Ja, weil... Ich bin nicht zu schnell, ne? Das musst du dir merken. Ja, ja. Es sagt mir Bad Read. Bad Read. Ja, ja, einfach nochmal. Einfach nochmal richtig durchziehen. Ja, ja, Ard, ich mach immer noch nicht. First try. Aha, da ist Simon. Conny, Lexi. Vielleicht funktioniert es ja später. Lexi ist im Met, ne? Die könnte hier rauskommen. Die könnte hier rauskommen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob Lexi noch hier ist. Ja, okay, Lexi ist da. Okay, okay. Das wollte ich wissen. Okay, die zwei waren das. Wir gehen hier nochmal gucken. So. Wo ist eigentlich dieses Kreuz? Weiß das einer? Wo ist denn er? Oh. Lexi wurde fast eingesperrt. Ich denke, Lexi ist es nicht. Da wurde auch zugemacht. Aber ich bin ja noch hier. Ah, nee, ich bin auch eingesperrt. Oh. Conny, was? Conny. Ja, du hast doch gerade die... Warte, gleich hast du reportet. Noah? Ja, ich stand in Abmühlen. Ich wollte gucken, ob einer in den anderen Raum gewendet ist, weil es mit der Nähe ist. Und dann wollte ich das zusammens gucken. Ohne Witz, wirklich, Conny, wirklich, wirklich. Und du hast keine Wischen. Ich wollte gucken, ob der noch im Raum ist. Also, Lexi, du bist komplett lost, dass du dich jetzt bei Conny einschlagen willst, ja? Aber Conny ist es. Und warum ist es Conny? Weil ich die Leiche gesehen habe. Aber ich verstehe nicht, wieso Conny dann schneller die Leiche untersuchen konnte. Ich war doch viel, viel schneller bei der Leiche. Warte, denn Moritz war auch hier? Ja, ich war da bei den Kameras die ganze Zeit. Ich habe dich gegen eine Wand laufen sehen, Lexi. Und ich war halt eingesperrt. Wenn das so schnell ist, dann wäre es dann vielleicht so... Ja, aber... Nee, nee, du warst da beim Admin. Du wolltest da hin, aber dann ging die Tür zu und dann bist du halt gegen die Tür da gelaufen. Das habe ich gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass ich auch eingesperrt bin. Dann bin ich rausgelaufen, dann ist mir Conny entgegengekommen und da lag die Leiche. Dann hat Moritz die Leiche gekillt und ist so schnell nicht auf Report. Äh, weiß ich nicht, wer das war. Ich habe einfach versucht, den zu reporten, aber Conny war schneller. Die kommt ja übelst schnell von Camps her, ne? Al Granger kommt auf Kill, aber kommt nicht so schnell auf Report. Und deswegen habe ich schneller die Leiche reportet. Ja, ich gehe mit der Maus immer zu Report. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das dauert halt nicht. Das dauert, das ist jetzt. Ja, nice try Moritz, aber... Lexi, ich habe dich durch die Kameras gesehen, ja? Jetzt bitte vote to Conny raus. Äh, aber die Leiche war da. Ich komme rein. Beim Reaktor war die. Ich war das ganze Zeit nicht mehr da. Oh, du fach... Hä? Beim Reaktor liegt eine Leiche? Ja. In Admin liegt eine Leiche. Warum glaubt ihr, würde ich mich sofort verteidigen? Ach so. Wie kurz? Ich dachte... Deswegen erzähl ich das doch, dass ich die Uhr gucken wollte. Also ich rede dazu vom Reaktor gleiche. Oh Gott, kein Plan mehr von euch beiden das ist. Nein. Lexi, komm. Bitte. Wacht, die Kunde. Jetzt war ein Ding, ich bin bitte noch oben. Und ich erklär, ich hatte auch schon noch vier getippt, da wurde ich getötet. Ja, sorry. Ja, ja, ich hab schon ge... Ja, ja, ich war wieder beim vierten, dann wurde ich viel vortestet. Abschauen. Ach no, schade, aber du hättest dich besser verteidigen müssen. Nö, ich hab einfach gedacht, dass Lexi schlau wär. Ich war die ganze Zeit bei den Kameras, Lexi. Dummkopf. Er ist noch mies. Ich wollte hab jetzt so eine facken Kunde. Ich weiß nicht. Hä, wieso, ne? Glaubt das auch, gell. Guck, Lexi, erst mich einfach, Leute. Ich wusste es immer. Nee, Lexi hasst dich nicht, aber Lexi kann einfach Connys Versuchung nicht widerstehen. Ja, seitdem er gesagt hat, mach dich unten frei, ne? Was? Schon, schon. Äh, FSK unter 18, Leute. Ah, ja. Ja, ich hab vor kurzem erst die YouTube-Folge bei Moritz gesehen, wo du dich verführen, äh, lassen hast, verwechseln. Ich? Mich? Ja, ja, lass dich verführen lassen, so. Ja, ja. So, so. So, so. Oh, das nervt mich. Du, du nervst mich auch. Das glaube ich. Zumindest in der letzten Runde. Ja, das haben wir nicht. Ich musste auch so Trash machen wie Marco und du. Ich kombiniere immer richtig. Außer Simon. Den wolltest du einfach nur raushaben. Genau. Naja. Nicht ganz. Wollt ihr mich verarschen? Aha, eine Leiche. Achso, ich bin froh, sorry. Also, erst mal. Äh, was? Was, Grey? Ach, kein Plan. Ey, also, dieses untere Engine da, nicht Upper Engine, sondern... Mhm. Ander Engine. Ander Engine. Ander Engine. Ander Engine. Genau. Lost, Lexi, lost. Halt die Schnauze, Conny, ohne Scheiß, Alter. Zum Glück bist du schon tot, eigentlich nicht rausgeboten, Alter. Dann, ähm, der Tanker kommt rein, ich komm rein, liegt da Conny am Boden, irgendeiner ist mir entgegengekommen, kein Plan. Ich glaube, das ist Moritz. Ja, mir ist, glaube ich, auch, mir ist, glaube ich, auch, jemand entgegengekommen, glaube ich. Aber wenn ich sage, Moritz, dann heißt das... Wärst du dir entgegengekommen? Das weiß ich nicht. Simon, wo warst denn du? Äh, ich fahr zuerst in Storage und dann war ich bei Shields, was das Ende betrifft. Ja? Noah, wo warst du? Ja, also ich war in Electric und, ähm, bin dann, über, über Storage, ja, Richtung, und dann, ähm, darf ich noch mal fragen, wo die Leiche war? Ja, ich glaube, das untere Engine. Was ist denn die untere Engine? Ach, da wurde die Lampe, oder? Ja, ich glaube, ist dir Moritz wirklich entgegengekommen, Lexi? Bist du dir da sicher? Mir ist einer entgegengekommen. Ich sage nicht, dass es Moritz ist, weil ich mir nicht zu 100% sicher ist. Okay, dann vertraue ich mir nicht auf dich. Das würde ich auch machen. Lexi, Suspekt, sie hat die Leiche vor mir gekehlt. Noah, gekehlt, vor dir gekehlt, genau, Liam. Ja, du standst auf der Leiche und hast sie gekehlt. Oh, ich bin zu los, bin, die Revolknappe zu finden, Alter. Ähm, wo willst du noch mal werden? Der Granger. Ja, ich würde für den Leon Pouchen. Was willst du für mich? Hä? Soll ich jetzt her? Nee, weil ich ihn gesehen habe, wie er den Donut gemacht hat, in Admin, die Taskbar ist hochgegangen. Achso, du meinst, der ist nicht der Killer. Achso. Ja, das wirkt so, als ob er der Killer wäre. Achso, ja, ja. Ich sitke, So, dann seht ihr nämlich mal wieder, wie Lost Lexi eigentlich ist. Wie Lost Lexi eigentlich ist? Wo warst du denn? Wo warst du denn? Ich hab dich auch nicht mal gewartet. Ja, aber du hast mich beschuldigt und deswegen hat mich Noah gewartet. Mies, mies. Hä, ich leb ja neu. Hä, wurde ich nicht rausgewartet? Nein, wurde ich noch nicht. Achso. Aber mich anzicken, wie sonst was? Ja, weil du mich wieder beschuldigt hast. Ohne Grund. Mann, 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 Mann. Ich brauche hier, ich brauche hier bald Urlaub, Leute. Ich brauche Urlaub. Ich hoffe, es gibt bald eine Urlaubs-Map auf einer schönen Insel. Den könnte ich jetzt gebrauchen. Die nächste Map, die wird Henry Stickman basiert sein. Ich kann kein Henry Stickman-Spiel, was mit Urlaub zu tun hat. Okay. Also wahrscheinlich Gefängnis oder der Luftschutz. Oder Tja. Karl, der Simon, so dumm gefallen. Auf geht's. Moritz, wo warst du gerade? Ich bin jetzt im Admin gewesen. Im Admin? Hm. Ja, Lexi ist reingekommen. Hast du da eine Karte geswiped? Lexi ist reingekommen. Genau, ich habe die Karte geswiped. Oh. Lexi ist reingekommen, die hat mich gesehen. Habe ich das? Mein Spaß, ja, habe ich. Noah, wo warst denn du? Also ich bin gerade von Upper Engine zu Lower Engine und dann in Elektroger reingekommen. Ah, ich habe ihn gesehen. Heiß ich rausgegangen. Wo war denn die Leiche? In, oder besser gesagt, im Reaktor. Im Reaktor drin? Stehe, oder besser gesagt, ich gehe gerade zur Lower Engine, fülle meinen Tank auf, weil mein Name ist der Tanker. Fülle ihn auf. Noah kommt von oben. Ja. Ich dachte mir, da hat er bestimmt einen killed. Fülle aber noch meinen Tank weiter. Ja. Achso, und der Tag kommt dazu, Elektri zu mir. Gehe dann hoch und sehe oben die Leiche. Ja, Lexi war, wohl ich doch nicht der Täter, ne? Anlag hier. Also Noah, du wusstest, die Story schon ein bisschen verändert, dass man sie hat sofort. Ja, das war mir doch schon am Anfang klar, dass das Noah war. Ja, am Anfang. In dem anderen Fall war es ja doch so, dass ich die Story verändert habe, bei... Aber allein schon das am Ende bei Conny ist tot, da hatte ich ja die Story verändert. So. Schau. Ich habe Noah nur gewartet, weil er nicht am Anfang gewartet hat.